Morgen Leute und herzlich willkommen zu eurer Ausblick-Folge hier bei uns auf dem Seacrauts-Kanal. Ich bin der Andi und ich möchte euch heute die Infos präsentieren zu World of Warships Weihnachten 2023. Denn Wargaming hat vor kurzem die neuesten Infos rausgelassen. Es ist ein ganzes Buch an Informationen. Eigentlich sind es drei Dev-Blocks, die ich in ein Video reinpacken will. Deswegen lege ich euch jetzt schon mal die Kapitelwahl unten ans Herz. Ihr könnt frei auswählen, welche Infos ihr braucht, welche ihr eher überspringen wollt. Aber ich kann natürlich auf der anderen Seite wieder sagen, alle Infos, die ich für euch habe, sind relevant und sind wichtig, um für euch eben das Maximum aus dem Weihnachts-Event machen zu können. Bei manchen Sachen schüttelt man eher den Kopf, bei manchen Sachen freut man sich vielleicht. Das müsst ihr am Ende entscheiden und könnt mir das gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Videos da lassen. Und ich möchte jetzt rein starten. Wir fangen erstmal an mit Santa City. Ihr seht schon das Bild hinter mir. Es ist das Fjord-Event oder der Fjord-Hafen, der umgebaut wurde wieder, so wie 2022 zu Weihnachten, haben sie es auch dieses Jahr wieder gemacht. Den einen freut es, den anderen freut es eben nicht. Ich persönlich bin jemand, der sich darüber eher freut und amüsiert, dass es diesen Hafen wieder geben wird. Ich fand es schon letztes Jahr relativ cool und freue mich jetzt auch, dass er dieses Jahr dann wieder mit dabei ist. Und dann geht es der Reihe nach durch. Tägliche Login-Belohnungen. Also das ist das quasi, was wir am Anfang immer erhalten, wo man dann so Credits, Kohle und am Ende zwei Supercontainer bekommt. Das wird es auch zur Weihnachtszeit geben. Und da können dann unter anderem dabei sein vier Weihnachtsgeschenke. Ich gehe von den Standardgrößen aus. Das wird jetzt auch wieder Klein-, Mittel- und Groß geben. Nennt sich dann Santa Crate, Big Santa Crate und Mega Santa Crate. So ist quasi die Namensgebung von Wargaming. Ich nenne es einfach Klein-, Mittel- und Groß. In den ersten zwei davon, in den ersten drei Tagen. Dann wird es Supercontainer geben an Tag 8, 16 und 24. Es wird auch Walshes Premium-Spielzeit geben. Dreimal einen Tag. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Geschenke. Darüber hinaus bekommen wir dann wieder ein Weihnachtsgeschenk beim Betreten der Waffenkammer. Also wenn wir das erstmal in die Waffenkammer reingucken, kann man sich das wohl abholen. In den kostenlosen täglichen Zufallspaketen. Das ist auch das, was wir in der Waffenkammer meistens unten rechts so sehen. Da gibt es dann auch nochmal fünf Weihnachtsgeschenk-Container. Zwei Weihnachtsgeschenk-Container gibt es durch Portalaktivitäten. Das heißt die Website von World of Warships. World of Warships.eu, da wird es mal News geben und da werden dann halt auch irgendwie Weihnachtsgeschenke versteckt sein. Und es wird auch ein großes, also ein mittleres Weihnachtsgeschenk besser gesagt. Für den Abschluss von vier von fünf Twitch-Drop-Missionen wird es eben nochmal einen mittleren, ja, Geschenke-Container geben. Soviel erstmal zu den täglichen Lock-in-Boni. Ihr merkt, das ist randvoll mit Infos zu Weihnachtsgeschenken, zu Supercontainern und all so ganzen Kram. Wir müssen uns aber nach und nach durcharbeiten durch diese Dev-Blocks. Und jetzt kommen wir schon zum Schneeflocken-Event oder Kampf-Leistungs-Boni, könnte man auch sagen. Aber Schneeflocken hat sich bei uns eigentlich ganz gut eingebürgert. Und wir wissen genau, was damit gemeint ist. Denn auch dieses Mal zu Weihnachten wird es das wieder geben. Für alle Schiffe der Stufe 5 bis Stufe 11 ist dann unterteilt bei den Belohnungen. Und zwar bei der Stufe 5 bis 7 wird es Kohle als Möglichkeit geben, als Option geben. Wenn immer, wenn man die Schneeflocke von diesem Schiff runterfarmt. Und es gibt hier aber eine Veränderung. In der Vergangenheit war es so, dass T5 bis T7 Schiffe immer 750 Kohle pro Schneeflocke bekommen haben. Jetzt ist es so, dass alle T5 Schiffe 700 Kohle, alle T6 Schiffe 750 Kohle und alle T7 Schiffe 800 Kohle erhalten. Heißt also, die, die viele T5 haben, aber weniger T6, T7, werden also weniger Kohle bekommen. Und andersrum, wer wenig T5 hat und wer sehr viel T6, T7 hat, bekommt quasi etwas mehr. Oder vor allen Dingen, wenn man dann T7 hat eben. Bei den T8 und T9 Schiffen, da ist dann Stahl drin. Auch da gibt es eine Veränderung. Vorher waren es immer, die ganzen T8, T9 Schiffe haben immer 75 Stahl gebracht. Jetzt ist es so, dass der T8 Schiff 70 Stahl bekommt und der T9 Schiff 80 Stahl. Also auch da wieder hin und her. Umso mehr T9 Schiffe man hat, desto mehr hat man davon, um es mal so auszudrücken. Bei den T10 Schiffen wird es ein Weihnachtsmann-Zertifikat geben, was man dann in der Waffenkammer wieder umtauschen kann. Und für T11 Schiffe, also Superschiffe, wird es diesmal keine Forschungsbüropunkte geben, sondern 200 Stahl. Also als Ersatz mehr oder weniger. Mit den Belohnungen, also mit diesen Weihnachtsmann-Zertifikaten, kann man unter anderem ein Standard-Weihnachtsgeschenk, also ein kleines, für ein Zertifikat bekommen, ein mittleres Weihnachtsgeschenk für drei Zertifikate und ein großes Weihnachtsgeschenk für fünf Zertifikate. Darüber hinaus gab es 2022 die Option, 375.000 Credits für ein Zertifikat zu erhalten. Das wird weiterhin möglich sein. Aber man kann jetzt auch 20 Weihnachtsmann-Zertifikate auf einmal eintauschen gegen einen Flaggen-Premiumbehälter. Das kann man maximal dreimal machen, also 60 Zertifikate tauschen. Ich weiß gerade nicht, wie viele Flaggen da drin sein können, aber es sind auf jeden Fall Gefechtsflaggen. Zumindest sind meine Informationen, die ich jetzt aktuell habe, also quasi India-Delta, November-Foxtrotz, so eine Sache, Brandflaggen und so weiter. Also das, was man in den Gefechten immer braucht. Kann man sich aussuchen, muss man nicht nehmen. Man kann auch natürlich die ganz normalen Weihnachtsgeschenke dann so abrufen. Kommen wir zum Gefechtspass in Update 12.11. Den wird es aber in 12.11 nicht so geben, wie wir ihn kennen. Der wird ein bisschen umgebaut und hört auch auf einen Namen, nämlich Ferien in Santa City. Es soll sozusagen so ein bisschen die Roadmap sein. Wir haben ja jetzt quasi gerade die Reise zum Nordcup, wo dann die Dimitri Pocharski am Ende steht. Und die Ferien, die verbringen wir dann am Nordcup hier in Santa City. So ist ihre Legende, wenn man dazu sagen möchte. Und diesmal wird der Gefechtspass, beziehungsweise die Ferien in Santa City aus 20 Etappen bestehen. Nicht aus 40, nicht aus 60, sondern aus 20 Etappen. Nach der Stufe 10 bekommen wir die Scharnhaus 43 kostenlos im Freipass. Und die Stort 43 als Belohnung dann in der letzten Etappe. Ich denke, das ist dann Stufe 20. Mit dabei werden natürlich auch wieder noch andere Sachen sein. Also Premiumkonto, festliche Kommandanten, permanente Neujahrstarnung, etc. PP, Mega-Geschenke-Container sollen da wohl auch irgendwie dabei sein. Und so weiter und so fort. Also jede Menge Kram. Und wenn man über die Stufe 20 hinauskommt, dann kann man sich Weihnachtsmann-Zertifikate erspielen zusätzlich. Also, dass man die noch weitere in der Waffenkammer dann einlösen kann. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wie wir durch diese Ferien durchkommen. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass wir täglich bestimmte Anzahl von Gefechtsmarken, also Gefechtspassmarken, erspielen mussten. Die konnten wir dann direkt einlösen. oder wohnen direkt eingelöst und gut ist die ganze Geschichte. Jetzt ist es so, dass wir täglich Missionen bekommen, die wir abschließen können oder müssen, um durch diese Ferien da durchzukommen, sozusagen. Ganz einfach ist quasi die Variante, verdiene 250 Base XP in einem beliebigen Gefechtstyp, um 10 Punkte zu erhalten. Man muss jetzt aber davon ausgehen, dass diese 10 Punkte nicht automatisch eine Stufe sind. Wichtig vielleicht zu erwähnen ist, dass es in beliebig vielen Gefechten abgeschlossen werden kann. Also, wir müssen jetzt nicht 250 Base XP in einem Gefecht machen. Dann gibt es die mittlere Schwierigkeit. Verdiene 1500 Base XP in einem beliebigen Gefechtstyp, um weitere 10 Punkte zu erhalten. Also, das ist jetzt immer täglich. Jeden Tag, wenn man sich einloggt, kann man das machen. Auch da, wenn wir also zwei Niederlagen haben oder drei Niederlagen haben, dann kamen wir die 1500 Base XP ja trotzdem zusammen. Haben wir dann also schon 20 Punkte gespielt. Und dann geht es weiter mit der schwierigen Variante. Verdiene 2000 Basis-EP in einem beliebigen Gefechtstyp, um einen Punkt on top zu erhalten. Und das kann bis zu fünfmal täglich absolviert werden. Also, quasi 10.000 Base XP, wenn man dazu möchte. Und dann hat man 25 Punkte, die man täglich holen kann. Dazu gibt es eine wöchentliche Mission. Die heißt, verdiene 2000 Basis-EP in einem beliebigen Gefechtstyp, um zwei Punkte zu erhalten. Und das kann man bis zu zehnmal pro Woche absolvieren. Heißt also, wir können 175 Punkte, also wenn wir jeden Tag die maximale Punktzahl holen, plus die wöchentliche Mission nochmal 20 Punkte bekommen. Also, 195 Punkte pro Woche sind drin. Und dieses Event dauert die fünf Wochen. Ob jetzt die ersten fünf Wochen, ich gehe bald davon aus, dass die die ersten fünf Wochen sein werden. Aber auf jeden Fall fünf Wochen Zeit, um diese Punkte zu holen. Dazu wird es 25 weitere Punkte durch spezielle Missionen und Aktivitäten geben, die dann später bekannt gegeben werden, sicherlich. Insgesamt können wir 1.000 Punkte holen. Und um durch die ersten 20 Etappen, also bis zur Store 43 dann theoretisch, wenn man den Premium-Pass dann hat, zu kommen, müssen wir 500 Punkte ausgeben. Also irgendwie 500 Punkte verdienen. Das heißt, 50 Prozent von diesen Missionen müssen wir quasi gemacht haben, um die ganz, also um die maximalen Belohnungen quasi sozusagen frei zu schalten. und ich kann euch dann auch nochmal den ganzen Fortschritt und so weiter dann wieder einblenden per Grafik, sodass ihr eine komplette Übersicht habt, welche Belohnungen man quasi über den Ferien in Santa City-Gefechtspass dann alles bekommen kann. Okay, ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen vernünftig rübergebracht. Man kann also quasi sagen, drei Varianten tägliche Gefechtstypen, ja, die man erledigen kann. Nicht alles davon muss man machen, aber ein paar Sachen sollte man schon erledigen, um eben auf diese Punktanzahl dann zu kommen. Und dann gibt es halt auch die wöchentliche Mission, die nochmal extra Punkte on top gibt. Wargaming hatte nämlich im Update 12.9, glaube ich, oder 12.8 ausprobiert, wie das mit dem Gefechtspass funktioniert. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, der eine oder andere hatte eine tägliche Mission, der andere hatte nur wöchentliche Missionen und so Sachen. Da haben sie genau dieses System einmal getestet, glaube ich, im Hintergrund. Und dann geht es los mit den Weihnachtsgeschenken und ihren Inhalten. Wir haben ja bis jetzt über jede Menge verschiedene Weihnachtsgeschenke gesprochen. Es gibt ja hier halt das Standard-Weihnachtsgeschenk, dann gibt es das mittlere Weihnachtsgeschenk und es gibt das große Weihnachtsgeschenk. Und in der Vergangenheit waren 174 Schiffe in Summe dabei, 2022. Davon haben sie jetzt, ja, 43 ältere Schiffe aus den Containern entfernt. Das sind aber keine Schiffe, die irgendwie richtig verschwunden sind, sondern die sind weiterhin in der Waffenkammer für Ressourcen wie Kohle zum Beispiel erhältlich. Wir reden da von der Moskwa, von der Kaba, von, ja, Masseau zum Beispiel und viele andere Schiffe. Es gibt eine Liste, die habe ich euch gerade hier nochmal mit eingeblendet oder blende ich euch gerade mit ein. Das ist also so, dass diese Schiffe weiterhin ganz normal erhältlich sind, aber sie können nicht in einem Weihnachtscontainer drin sein. Dafür haben sie aber neue Schiffe hinzugebracht, und zwar die Schiffe, die wir dieses Jahr im Wesentlichen erhalten haben. Unter anderem die Taschkett 39, Es kann die Karl-Johan dabei sein, die Schill kann dabei sein, eine Leipzig, eine Brisbane kann drin sein, eine Colossos, eine Jäger und viele andere Schiffe mehr. Auch diese Liste zeige ich euch quasi gerade. Und, ja, prinzipiell halte ich das für eine relativ gute Veränderung, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Schiff bei rauskommt, erhöht, dass es ein Schiff ist, was man noch nicht hat. Ja, und was man auch nicht irgendwie anders gerade bekommen kann. Es ist auf der anderen Seite, ja, wie soll man das sagen? Wenn man in der Vergangenheit bei dem Zufallsprinzip nicht mitgemacht hat, wo man bestimmte Schiffe bekommen konnte, dann jetzt wieder ein Zufallsprinzip, also kaufe ich jetzt Weihnachtscontainer, um dann im Zufall vielleicht Glück zu haben, ist halt irgendwie auch eine komische Variante. Ja, also da schlagen in meiner Brust zwei Herzen auf der einen Seite. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Prinzipiell sind jetzt weniger verschiedene Schiffe drin in diesen Containern, aber dafür die Dropshanks höher, auch wirklich ein Schiff zu haben, was man in diesem Jahr nicht bekommen hat, weil man so viel Geld nicht ausgeben wollte. Und man kann eben aus einem Weihnachtscontainer rausholen. Und das bringt uns zum nächsten Event. Und das nennt sich Salvage for Victory, Leute. Habt ihr schon mal gehört? Das Champagne-Event ist genauso gelaufen. Da konnte man dann auch verschiedene Währungen einsetzen. Jetzt hier bei diesem Salvage for Victory-Event, was nur über die Weihnachtszeit 2023 aktiv sein wird, nämlich genau in der zweiten Woche von Update 12.11 bis zum Ende des Updates 13.0. Also ungefähr acht Wochen werden das wohl dann sein. Wird die ganze Geschichte laufen. Wir bekommen mittlere Weihnachtscontainer. Wir bekommen die Ellie. Wir bekommen die Ferruccio. Wir bekommen die Defense. Und wir bekommen die Kita Kami. Ein Schiff, welches ja schon sehr sagenumwoben ist. Wurde er ja tausendmal verändert. Man kann inzwischen wählen zwischen Tiefwassertorpedos und Standardtorpedos mit unterschiedlichen Reichweiten. Und wichtig vielleicht noch zu erwähnen ist, dass jeder Torpedowerfer einzeln nachgeladen werden muss aktuell. Und wir haben auf jeder Schiffsseite fünf Werfer dann am Start. Ist was ganz Besonderes. Ein Kreuzer mit Zerstörer-Feeling, könnte man sagen. Das hat Wargaming zumindest selbst in ihrem Stream so genannt. Ja, aber die Sache ist eben, wie erhalten wir die ganze Geschichte. Generell wird diese Salvage for Victory Event in 100 Etappen unterteilt werden. Jede Etappe kostet entweder 2400 Forschungsbüropunkte oder 1700 Stahl oder 19.000 Kohle oder 60 Tage Premium World of Warships Spielzeit. Also man kann es ja bei Salvage for Victory kombinieren, wie man das selber gerne möchte, um dann zu diesen jeweiligen Bereichen zu kommen. Die Kitakami wird man für die Etappe 80 bekommen, die Defense für die Etappe 40, die Ferruccio, der T7 italienischen Kreuzer, für Stufe 16, die Alley für Stufe 8 und die vier mittleren Weihnachtscontainer für Stufe 3. Es gibt eine Übersicht, was man hier so ausgeben darf. Wichtig, wie gesagt, um an die Kitakami zu kommen, müssen wir 80 Stufen bei dem Salvage for Victory dann nacheinander freischalten. Und wie gesagt, die Währung ist extrem teuer. Das sind, wenn man jetzt von ganz am Anfang bis zur Kitakami hochspielen möchte oder beziehungsweise freischalten möchte, spielen ist ja da nicht mehr so, braucht man 192.000 Forschungsbüropunkte. 192.000, es gibt keine Rabatte oder sowas. Ja, 192.000, dann oder in Kombination mit 136.000 Stahl, in Kombination mit 1,656 Millionen Kohle und ich glaube, um die 6.000 Tage Premium-Spielzeit bräuchte man. Das alles kann man ja kombinieren, wie man möchte, aber man muss es eben nacheinander aufbauen. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich gebe nur die 96.000 für die Kitakami aus. Das geht nicht. Wir müssen alle vorigen Etappen eben auch durchschalten. Am Ende ist man dann bei Etappe 80 angekommen und der Rest ist dann, ja, Optik. Es gibt eine permanente Eistarnung für die Kitakami und dann auch Erinnerungsflaggen, wie wir sie jetzt hier schon gesehen haben. Das ist das hier. Das sind die Sachen. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, die drei Schiffe, Elli, Francesco, Ferruccio und Defense, sind für ein Jahr exklusiv dann bei ihren Besitzern, bevor sie gegebenenfalls eventuell von Wargaming nochmal auf einem anderen Weg vertrieben werden. Bei der Kitakami ist es sogar auf zwei Jahre ausgedehnt worden. Also die sehen wir nicht wieder in irgendeiner anderen Art und Weise vor Weihnachten 2025. Und auch da hat Wargaming gesagt, das kann durchaus sein, dass das gar nicht wiederkommt, dieses Schiff. Die wissen, aktuell haben sie keine Pläne, was in zwei Jahren mit der Kitakami ist. Wir werden erstmal beobachten, sicherlich, wie die Kitakami die Gefechte verändern wird. Die machen halt die Kitakami extrem selten, um halt ihren Einfluss vielleicht auch ein bisschen zu verringern, um diesen Impact auf das Game so gering wie möglich zu halten. Naja, müssen wir mal gucken. Und gleichzeitig verlangen sie extrem viel an Ressourcen und versuchen damit natürlich Ressourcen aus dem Spiel rauszuziehen. Ja, das sind die Sachen, die wir zu diesem Salvage for Victory Event sagen können. Ich habe eher gemischte Gefühle bei der ganzen Geschichte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und jetzt geht es schon zum nächsten. Die Weihnachtswerft. Jedes Weihnachten gibt es irgendeine Werft. Und diesmal ist es auch wieder so, die Michelangelo auf T9 werden wir bauen dürfen. Einen außergewöhnlichen Kreuzer, der stark bewaffnet ist, vor allen Dingen mit der Sekundär, weil auch die Sekundär eben sehr viele Rohre hat, sehr schnell feuert, eine gute Reichweite bekommen wird. Jetzt ja auch mit dem Kapitäns-Rework, der dann ab Update 12.10 eben eine Rolle spielen wird, würde die Sekundärreichweite ja stark erhöht werden. Wir haben 320 Millimeter SAP-Granaten bei den Hauptgeschützen. Das Besondere bei den Hauptgeschützen ist, dass die hier in der Mitte des Schiffs angebracht sind und die vorderen Geschütze eben die Sekundärgeschütze sind, Abluft, Nebelerzeuger und so weiter. Die Werftmissionen sind von Update 12.11, also mit dem Release verfügbar, dann in Update 13.0 und die ersten beiden Wochen von Update 13.1. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen ist, dass das Update, weil ich euch hier vorstelle, voraussichtlich einfach ein Bauchgefühl, ich weiß es nicht genau, aber sechs Wochen lang verfügbar sein wird. Ja, und das war bei Wargaming in den letzten Jahren öfter so, dass das Update länger gedauert hat, liegt auch ein bisschen daran, jetzt sind sie zwar aus Russland nach Belgrad gezogen, aber ich glaube auch da ist das mit der orthodoxen Kirche relativ vertreten und ohne mich da jetzt genau auszukennen, aber ich gehe davon aus, dass das Weihnachts-Update auch wieder sechs Wochen lang aktiv auf den Live-Servern sein wird. Deswegen haben wir also sechs, zehn, haben wir voraussichtlich zwölf Wochen Zeit, diese Werft dann zu spielen. Sechs Wochen in Update 12.11, vier Wochen in 13.0 und die ersten zwei Wochen von Update 13.1. Ja, wie dieses Schiff dann sein wird, da gibt es nochmal ein ausführliches Video von uns, aber eine Ausblickfolge könnte auch zur Michelangelo schon bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen, um da schon so einen ersten Eindruck von dem Schiff eben zu erhalten. Prinzipiell wird es eben eine neue Werft geben, das ist die Werft Sestriponente an der italienischen Riviera und es werden 32 Phasen sein, 27 Phasen können wir eben durch Missionen abschließen und fünf Phasen müssen wir durch Dublonen kaufen. Es wird Starterpakete geben mit entweder fünf oder zehn Phasen, man kann auch beide Starterpakete sicherlich wieder kaufen. Die fünf Phasen kosten 6.000 Dublonen, die zehn Phasen kosten 10.000 Dublonen und jede einzelne Phase kostet 1.750 Dublonen. Wie immer werden wir sicherlich gucken, dass wir da eine Werftberechnung wieder für euch machen, sodass ihr am besten dann Bescheid wisst, welche Wertigkeiten dann wieder hinter den verschiedenen Phasen stehen. Gibt es also in der Zukunft dann irgendwann unser Ausblickvideo für die Werft an sich. Ihr kennt es ja, wie es läuft. Wenn ihr generell noch Fragen dazu habt, auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich die da drüber beantworten. Wie das mit der Werft ist, ist sicherlich sehr vielen von euch schon bekannt. Im Kampf auf Träger füllen Werft Token bekommen, diese Token in der Werft einlösen, um eine weitere Bauphase freizuschalten und so weiter. Und auch auf dem Weg durch diese Werft durch gibt es natürlich verschiedene Belohnungen, nicht nur diese Chiff, sondern es wird da sicherlich auch wieder andere Belohnungen geben. Die schreiben das jetzt hier nicht ganz genau, aber wir kennen es ja, wie es bei Wargaming in der Vergangenheit dann schon gelaufen ist. Und dann geht es um zusätzliche Inhalte, Leute. Und zwar will Wargaming entweder einen Anreiz setzen, Echtgeld auszugeben. Ich rede jetzt nicht von Dublonen, sondern ich rede von echten, harten Euros in dem Sinne. Es ist ja mehr oder weniger auch so eine Sitte bei uns in der Community geworden, dass man sich dann zu Weihnachten mal irgendwie Container verschenkt. Also diese Weihnachtscontainer kann man ja für Echtgeld im Store kaufen. Und da hat sich Wargaming gedacht, ey, wir gewähren einen zusätzlichen Bonus. Das heißt also, immer dann, wenn wir für Echtgeld, also nur für Euro, uns Weihnachtsgeschenke kaufen und die verschenken an vielleicht andere oder auch für uns selber kaufen, geht natürlich auch, dann gibt es eine zusätzliche kleine Danke-Währung, wenn man dazu sagen möchte. Und mit dieser besonderen Danke-Währung, wie auch immer man die nennen möchte, wird es dann permanente Tarnung geben. Und zwar für die Schiffe Alaska, für die Georgia, für die Lightning, für die Algerie, für die Mars, für die Hyuga und für die Yoshino. Das haben sich sozusagen ausgedacht, naja, es soll ein Kaufanreiz sein oder der Anreiz sein, Geld auszugeben in World of Warships. Wer diese Tarnung mag, der wird sich natürlich freuen. Wer sie nicht mag, der wird das eben sein lassen und dann lieber für Dublonen-Geschenke kaufen oder wie auch immer oder eben einfach die kostenlosen erspielen. Da bin ich sowieso gespannt, was ihr mir dazu schreibt. Werdet ihr euch die ganzen Sachen erspielen oder seid ihr jemand, der auch mal zu Weihnachten seinen Clan-Kumpels oder nahestehenden Leuten, die auch World of Warships spielen, irgendwie dann doch mal einen Container zukommen lasst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, da von euch zu lesen. Dann schreiben sie, dass natürlich auch die Super-Container, die Steam-Container und die Premium-Schiff-Container T6, die T7, T8 und T9 Premium-Schiff-Container geupdatet werden mit den Schiffen, die jetzt dann halt auch in den Weihnachtskontainern drin sein können am Ende. Also die Duplex und die Leipzig wird hinzugefügt, die Tokashi und die West-Virginia 44, die Schill-Alliance, Almirante Grau, Nottingham, Numancia und dann eben auch für die T9-Container Velos, Sunja Zen, Halford, Jäger, Karl-Johan und Scarlett Sander. Jetzt kommen wir langsam in Richtung Ende. Kapitäns-Skill-Empfehlungen. Wargaming hat ja immer diese gelben Dreiecke, die werden jetzt in Update 12.11 erst aktualisiert werden, angepasst dann an die neuen Fertigkeiten der Kapitäns-Skills, also quasi vier Wochen später, müsste da also dann drauf achten. Außerdem kommen ja dann irgendwann demnächst die amerikanischen Flugzeugträger, der alternative Tech-Tree sozusagen ins Spiel und dafür werden die Signalflaggen November Foxtrot, X-Ray Papa, Una One angepasst, eben auch die Module Smoke Generator Modification 1 und auch Staffel Verbrauchsmaterial Modifikation 1 wird sozusagen erweitert um den Nebelvorhang. Ja, da gibt es dann eine kürzere Abklingzeit, eine längere Aktivitätsdauer, eine zusätzliche Aufladung, all so eine ganze Geschichte. Da werden also Anreize gesetzt, damit die Flugzeugträger eben auch diese Signalflaggen und eben auch Modifikationen dann nutzen. Ja, und das soll es gewesen sein. Von unserem Ausblick zum Weihnachts-Update 2023. Ich habe euch versucht, möglichst kurz und knackig da zu informieren. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gut gelungen. Wie gesagt, schaut gerne in den Kapitel nochmal nach, wenn ihr da einzelne Sachen vielleicht noch nicht richtig verinnerlichen konntet. Ist auch ganz schön viel an Content. Wenn es gut war und ihr ja, nichts mehr verpassen wollt, Daumen nach oben, da ist ein Kanal, kostenlos abonnieren, Glocke drücken, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Würde mich sehr freuen. Danke an meine Kanalmitglieder, die diesen Kanal hier im Hintergrund unterstützen. Und ich sage jetzt, schaut gerne das nächste Video, was wir euch auf der rechten Seite gerade als Empfehlung einblenden, dann verpasst ihr da auch nichts weiteres mehr rund um World of Warships. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer C-Cross Team, euer Andi. Ciao, ciao.